Im Südwesten von Thailands Hauptstadt Bangkok liegt der Stadtteil Tonburi mit seinen zahllosen Kanälen, den Klongs. An einem dieser Kanäle, dem Klong Luan, liegt in einem uralten Teakholzgebäude das Künstlerhaus Ban Silyapen, das auch Heimat des traditionellen thailändischen Puppentheaters ist. Dieses war vor dem Aufkommen der Kinos eine der beliebtesten Unterhaltungsformen in Thailand. Die Puppen und Kostüme werden in aufwändiger Handarbeit aus auffälligen Stoffen hergestellt. Es gibt Schauspieler, die die Puppen, die oft mystische Wesen darstellen, führen und andere, die in Menschengestalt selber auftreten. Die Puppenspieler tragen schwarze Kleidung und Masken, um nicht von den Puppen abzulenken. Bis zu drei Menschen werden für das Spielen einer Puppe benötigt. Die Bewegungen der Spieler sind dabei ganz genau aufeinander abgestimmt. Mehr zum Puppenhaus im Baden-Silyapen unter www.mortima-reisemagazin.de